war doch ganz einfach wo ist die ganze zeit wo ich hin muss was für ein toller teleporter so nützlich und ist da noch einer drin paradies wie keine neuen gegner hier so ganze armee hatte ich jetzt erwartet ich muss es ja raus ich muss es ja einfach herausfordern scheiße jetzt etwas kreativeres einfallen lassen können das nervt aber der zeit denn ihr scheiß gestöhne da dauernd und türen türen zu er stirb bleib tot bleib bloß tot teilweise unsichtbarkeit die hönigs bringt weil die habe ich trotzdem sehen egal wer da ist nix auch nix was ist da ist immer da war ich habe es getötet und wie auch immer ich da hinkomme ich komme da nicht hin h h hm muss ich wohl erst einen schalter umlegen ja wenn ich wüsste wo eine wär was ist das denn hier lustig ist haa mehr helf mehr helf für mich ja komm das ist mir gar nicht gefallen der gang schreit für mich nach hier tauchen gleich nochmal 17.800 69,3 gegner auf so wir nehmen den rocket launcher und den besagermodus dann kriegen wir da volle energie hier ich hasse diese türen ich hasse sie ich hasse sie einfach ist das jetzt ich habe euch auch lieb ganz doll lieb gut sie gespeichert ab also danein gehen wir nicht mehr da drin ist böse ich sehe das hier diese fetten viecher mit den zwei raketen öffern also die köpfe davon da ist doch irgendwas komm da ist was nein da ist gar nix hm fragezeichen ok ich hab's doch gewusst da kommen noch irgendwas richtig viele hohohohohoh yeah massaker monster kill haha oh munition volle munition Gatling ich brauche wieder die Gatling 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 kein egal wie viel äh schießen wie viel da sind machen wir da nicht schon mal? hm glaub schon andererseits hier sieht eh alles gleich aus also von daher ja ja oh es ruck es ruckt oh geil komm hehehe oh uff voller sieht mir nach Ausgang aus schau mal da rein vielleicht gibt's noch was interessantes nein bisher nicht büm 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 kräftige marketenwerfer wollen wir da nehmen oh tot es ist tot ja komm agm allgemeine geschäfts mütter Mütter So ein Unsinn Es gibt ja überhaupt keinen Sinn Allgemeine Keine Ahnung AGM Ich fällt nichts zu AGM ein Ich wüsste AGM, aber AGM? Hä? Oh Was ist das? Komme ich da runter? Nein Äh Was hat mir das jetzt gebracht? Nix Toll Da noch was? Nein AGM 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 Keine Ahnung Mir fällt einfach nichts zu AGM ein Irgendwie überhaupt nicht I Da geht's doch nicht weiter Habe ich da noch was übersehen drin? Hm Nö Dreht sich Okay Hä? Hm Nee Okay, dann muss es irgendwo anders weiter gehen AGM 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 AGM